Hallo Leute und willkommen zurück zu einem neuen Video von mir. Heute gibt es eine neue Kapitel Review und zwar zu ganzem Kapitel 52. Das letzte Kapitel hörte ja damit auf, dass Masakichi von den Wachen umzingelt wurde. Und da geht es auch direkt weiter und zwar findet Masakichi einen Weg durch die Wachen durch. Kommt allerdings auch nur ein paar Meter weiter, weil dann drei deutlich stärker aussehende Wachen auf ihn zukommen. Und die haben es schon ein wenig in sich, also die prügeln mit ihren Schwertern auf den Masakichi ein, so dass der Anzug wirklich an sein Limit gerät. Trotzdem gelingt es Masakichi dann noch mit aktiviertem Anzug und dem ganz Katana einen kräftigen Schlag auszuführen und die drei Wachen zu töten. Dann zwitschen wir zu Hanbi und Saki, die sitzen abends zusammen, unterhalten sich und auf einmal merken sie, dass der Transfer wieder losgeht, zurück in den Tempel mit Gans. Wir sehen zwar noch nicht, wie der Transfer losgeht, allerdings dieses komische Gefühl, was jeder hat, der bei Gans ist und was einem sagt, okay, also in ein paar Momenten geht es los. Wir haben auch eine Seite mit dem kleinen Dieb, der hat gerade seine Geschwister ins Bett gebracht und merkt auf einmal auch, dass da irgendwas ist, nur der weiß natürlich noch nicht, wie sich das anfühlt, wenn Gans einen zu sich holt, während Hanbi und Saki das natürlich schon wissen. Daraufhin geht es aber auch wieder zu Masakichi, der hat mittlerweile den ganzen Massaker in diesem Schloss abgerichtet. Wirklich überall liegen tote Wachen und er hat es aber nun auch geschafft, endlich zu dem Hauptraum zu kommen, nämlich wo der Mörder seiner Eltern ist. Doch nicht nur der ist da, auch die Prinzessin und zwei so andere Angestellte, also keine Wachen, irgendwelche Bedienerinnen von der Prinzessin, die sind alle in diesem Raum und natürlich ist Masakichi auch erstmal überrascht, die Prinzessin da zu sehen und auch die ist mehr als überrascht, einen Masakichi im Gansanzug zu sehen, welcher völlig fertig ist, denn Masakichi blutet so ein bisschen am Gesicht und sein Anzug ist auch kaputt mittlerweile, läuft die Flüssigkeit schon raus. Doch all das interessiert Masakichi nicht so wirklich, obwohl er überrascht erscheint und sogar das Schwert fallen lässt, doch das macht er nur, um die X-Gun zu zücken und auf den Mörder seiner Eltern zu zielen. Und daraufhin endet das Kapitel auch schon wieder. Das nächste Kapitel gibt es dann am 24. August. So, Kapitel 52 war wieder richtig, richtig klasse. Kapitel 50 war ja eher so, das war nicht wirklich gut. Kapitel 51 war ein bisschen besser, wobei wir hier dieses komische Problem hatten, dass Masakichi jetzt einfach die Wachen umbringt. Das sieht sich hier auch weiter durch. Hier muss man aber natürlich sagen, die Wachen sind natürlich alle in Alarmbereitschaft und haben natürlich auch den Befehl, Masakichi zu töten. Ist ja klar, der ist da eingedrungen, hat sofort drei Wachen umgebracht. Also ist jeder auch bereit, Masakichi zu töten. Von daher war es jetzt welchen Kampf um Leben und Tod für Masakichi. Und ja, wie gesagt, er hat halt einen Massaker angerichtet. Ich finde es immer noch komisch, dass Masakichi halt wirklich angefangen hat im letzten Kapitel damit. Aber gut, da haben wir dann schon im letzten Video, beziehungsweise bei der letzten Kapitel Review, drüber geredet. Was mich wirklich sehr überrascht hat, ist, dass man die Prinzessin jetzt doch noch eingebaut hat. Also ist das wirklich das Schloss der Prinzessin. Und ich war so ein bisschen, ja, vor allem, dass sie jetzt so eingebracht wird. Ich hätte mir noch vorstellen können, dass Masakichi ihr vielleicht irgendwie so begegnet, auf dem Weg, wenn er sich da durch die Wachen kämpft. Und ihr dann begegnet aber nicht, dass sie da wirklich in einem Raum mit dem Mörder von Masakichis Eltern ist, welcher irgendein Samurai ist, der wohl irgendwann mit der Prinzessin zu bereden hat. Vielleicht irgendwie auch so ein persönlicher Berater von ihr. Aber das ist natürlich noch nicht raus. Ist auch fraglich, ob darauf noch großartig eingegangen wird. Natürlich haben wir jetzt aber auch verschiedene Möglichkeiten, wie das Ganze weitergehen kann. Denn auch hier gibt es verschiedene Optionen. Immerhin hat der Transfer jetzt gerade angefangen. Und Hanbi und Saki, die können wir schon mal in den Raum tun. Ich denke mal, das wird nicht nochmal gezeigt, wie die vom Transfer erfasst werden. Genauso wie der kleine Dieb. Der Glücksspieler, vielleicht bekommt er noch eine Seite, wo man sieht, wie der vom Transfer erfasst wird. Aber vielleicht ist er auch schon da. Also das heißt, der Transfer, der geht jetzt gerade los. Und ich gehe mal davon aus, dass es recht zeitnah ist. Das ist Masakichis Einbruch und natürlich der Transfer zurück in den Ganzraum. Nun ist für die Frage, was passiert jetzt? Wird Masakichis noch rechtzeitig schaffen, den Abzug zu drücken und damit sein Ziel zu erreichen, den Mörder seiner Eltern zu töten? Und wenn er es macht, kommt dieser dann auch in den Ganzraum mit rein oder nicht? Denn auch diese Gefahr besteht. Und vielleicht, das könnte ich mir vorstellen, will Masakichis gerade den Abzug drücken und dann merkt er auf einmal, dass der Transfer losgeht. Und es fehlt ihm dann ein, hm, wenn ich den jetzt umbringe, dann kommt der Wert auch mit in den Raum und lässt es dann erstmal. Es wäre auch natürlich ganz interessant zu sehen, wenn so ein paar Wachen, die er umgebracht hat, auch im Ranzraum aufwachen. Wobei, das bezweifle ich jetzt mal. Wir hatten bei der letzten Mission schon sehr viele Leute und da haben ja auch ein paar Leute überlebt, die wurden zwar überhaupt nicht weiter beleuchtet. Da waren diese komischen Geishas, dann haben wir noch dieses ältere Ehepaar und so ein paar dieser Nonin-Kinder. Die sind ja auch noch da, das darf man nicht vergessen. Wobei es natürlich auch fraglich, wie viele von denen kommen, jetzt wähle ich wieder zurück. Klar, man kann davon ausgehen, dass Saki und Co. denen gesagt haben, hey, ihr redet bitte nicht über ganz außerhalb, sonst sterbt ihr. Aber es ist natürlich die Frage, wie sehr sie sich daran halten. Vor allem so die Kinder oder auch diese Geishas, die dann doch mehr so Klatsch und Tratsch machen. Das könnte ich mir vorstellen, dass da nicht mehr alle zurückkommen. Aber wie gesagt, bei der zweiten Mission hatten wir ja wirklich unglaublich viele Leute. Das denke ich mal, wird dieses Mal nicht so sein. Es kann natürlich auch irgendwie sein, dass der Transfer losgeht und sich der Typ irgendwie an die Prinzessin oder Masakichi ranheftet, wie die Vampire im Hauptmanga kurz vor der Osaka-Mission, wo sie auch Horst, Samurai und Shiaki da an... Nee, hier Suzuki und Reka geheftet haben, um in den Raum zu kommen. Hier ist allerdings die Frage, wieso sollte der Mörder von Masakichis Eltern das machen? Also wie gesagt, das wäre wieder nur eine Möglichkeit, aber ich glaube, der wäre immer zugeschockt, wenn er auf einmal sieht, wie die sich auflösen. Allgemein, was ist jetzt mit dem Transfer? Und was ich mir nur sehr schwer vorstellen kann, ist, dass Masakichi merkt, okay, der Transfer geht jetzt los. Ich hau hier jetzt ab, weil, ja, ich meine, er ist so kurz vor seinem Ziel. Er muss halt nur noch einmal abdrücken, nur eine kleine Fingerbewegung und seine Rache wäre vermutlich erfüllt. Vielleicht weicht der Typ auch aus. Aber ich denke mal, das hat Masakichi schon so ein bisschen berechnet. Klar, wenn er mit dem Schwert dann angreifen würde, wäre es nicht mehr sicher, ob Masakichi eine Chance hätte. Aber die X-Gun ist nicht nur eine Schusswaffe, sondern auch noch eine futuristische Schusswaffe, die man so überhaupt nicht kannte. Deshalb denke ich mal, auch das mit dem Schwert weggeworfen, denn wir dürfen auch eins nicht vergessen. Klar, Masakichi hat gegen Außerirdische gekämpft, hat viel trainiert. Dieser Samurai da, das wird aber vermutlich jemand sein, der ewig lang schon trainiert hat und kämpfen kann. Und Masakichis Anzug ist kaputt. Das heißt also, er kann die Kraft des Anzuges nicht benutzen, um mit einem Schwertschlag irgendwie dessen Schwert zu zerstören. Und da ist natürlich die Frage, ob kampftechnisch mit dem Schwert der Samurai nicht sogar stärker ist als Masakichi. Und dieser Anzug kaputt könnte also kritisch für Masakichi werden, wenn er mit dem Schwert kämpft. Von daher denke ich, ihm hat er jetzt die X-Gun genommen und zielt mit dieser auf ihn. Natürlich ist auch noch die Frage, was die Prinzessin machen wird. Wird die es zwischengehen? Wird die sich ihm wieder vorstellen? Oder was wir die machen, denn die ist mehr als überrascht und sie weiß ja auch den Grund gar nicht, warum Masakichi das macht. Die wird natürlich erstmal geschockt sein, okay, der Typ, der bringt nicht nur meine Angestellten, all meine wachsten Leute. Nein, der hat es auch irgendwie auf den hohen Gast oder Berater oder was auch immer dieser Samurai ist, abgesehen. Sie weiß ja gar nicht, dass der vermutlich damals irgendwelche Leute umgebracht hat. Von daher, das könnte auch noch recht interessant werden. Allgemein ist jetzt so die Frage, wie das jetzt so mit dem Transfer jetzt weitergehen wird. Das nächste Kapitel müsste das letzte Kapitel für Band 6 sein und ich könnte mir gut vorstellen, dass Band 6 dann mit einem Cliffhanger endet, wie sie alle wieder im Raum sind, sodass Band 7 dann mit der Mission anfangen kann. Also auch mit dem Lied abspielen, dem Alien zeigen, ich kann mir nicht vorstellen, dass wir schon im nächsten Kapitel irgendwie das Alien, das zu Gesicht bekommen, also wenn Gans das anzeigt oder das Lied gespielt wird. Das Lied allerhöchstens der Gefühle, wenn wirklich die Sache mit Masakichi und dem Typen auf den ersten zwei, drei Seiten geklärt wird, dann könnte ich mir das noch vorstellen, dass es dann endet, wie Gans das Lied abspielt. Aber viel wahrscheinlicher ist es, dass wir sehen, wie Masakichi und die Prinzessin in den Raum kommen auf den letzten paar Seiten vom nächsten Kapitel und damit Band 6 dann mit dem Cliffhanger endet und dann Kapitel 54, also das erste Kapitel für Band 7, dann mit den Missionsvorbereitungen, also alles, was dann sich im Raum abspielen wird. Denn auch hier ist natürlich die Frage, wenn dann, sagen wir mal, Wachen doch in den Raum kommen, die getötet worden sind, die werden Masakichi angreifen, logischerweise. Oder wenn doch irgendwie der Mörder seiner Eltern in den Raum kommt, entweder weil er getötet wird oder weil er sich irgendwie ranheftet, ist das natürlich auch eine Sache. Da gibt es noch mehr Chaos im Raum, aber gut, das müssen wir abwarten. Ich bin wie immer gespannt auf eure Meinung zu dem Kapitel. Was sind so eure Vermutungen und was würdet ihr gerne sehen? Schreibt es in die Kommentare und dann würde ich mal sagen, mehr, wenn ihr mich wieder seht. Ihr müsst unbedingt schauen, wie es weitergeht. Musik Untertitelung. BR 2018